So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist mal wieder soweit eine kleine Max-Out-Monday-Folge, die ich komischerweise jetzt immer dann schon Sonntagabend produzieren muss, dass ich die Montag tagsüber, frühs irgendwann rausgehauen habe. Ich weiß nämlich jetzt auch noch nicht, wie Montag abläuft. Ich habe jetzt am Sonntag 11 Stunden die Oxys-Rades angeboten in der Angriffsform, was ja auch nur noch am Montag da ist. Ich weiß nicht, ob ich Montag noch mal die Zeit habe, Rades zu machen. Ich weiß nicht, wie lange das Muttertier da ist, wie wir den Tag nun verbringen, ob wir wie immer sonst dann chillen und vielleicht jetzt Breaking Bad gucken und einkaufen und Dönerlutz und alles oder dass diesmal anders ist, man noch mal die Angriffsform da anbietet, weil das ist gerade die heiße Phase mit die Oxys. Ich weiß nicht, dass viele brauchen noch das Shiny. Ich habe heute in den 11 Stunden mich immer mal mit eingeladen. Ich habe heute wieder so viele Dioxys-Rades gemacht, wenn ihr hier guckt, da hat es angefangen. Diese Rades habe ich heute alle gemacht in dem 11-Stunden-Stream, bis dann irgendwann mal das Shiny kam. Ich habe jetzt schon 484 XL-Bomb-Bombs. Habt ihr schon ein Angriffs-Shiny-Dioxys bekommen? Wie viele XL-Bomb-Bombs habt ihr mittlerweile von Dioxys? Und vor allem habt ihr auch die Normalform von Dioxys bekommen als Shiny? Da habe ich ja von damals schon zwei Stück gehabt. Habe in der Raid Mania jetzt noch mal eins bekommen. Das sieht man auch an den Daten hier. Da steht hier irgendwas 12.08.2020. Das ist also von diesem Jahr jetzt ein Shiny Dioxys in der Normalform. Ab Dienstag wird es dann also Dioxys in der Verteidigungsform geben. Auch als Shiny, was auch neu ist, was ich am coolsten finde. Da freue ich mich schon komplett drauf. Das ist dieses hier, dieser fette Knüppel. Aber eigentlich jetzt genug von Dioxys. Wie gesagt, na Jentic, ich weiß nicht, warum. Jedes rein, jedes Sitz als Shiny gebracht. Also dreimal neu, einmal gab es schon. Und alles nur zu drei Tagen. Man steht theoretisch übelst im Stress, wenn man wirklich alles bekommen will. Das ist das erste Neueste, was ich habe. Ich freue mich auf die Verteidigungsform. Dann kommt noch die Initiativeform. Die geht dann auch wieder ins Wochenende mit rein. Aber Verteidigung wird mega krass, weil die ist so stark. Da braucht ihr wirklich, um die niederzuringen. Den konnte man ja gut auch im Solo machen. Mit 100 Sekunden Restzeit war das eigentlich kein Problem für die meisten. Diese Folge heute wird irgendwo dazu dazwischen gequetscht, sodass ich jetzt nicht auf die Vorschläge für Max Out Monday eingehe, die letzte Woche getätigt wurden. Ich habe ja dann immer mal was gemaxst und die Community gefragt, was ist euer Lieblings-Pokémon? Dann, was sollte ich mal maxen? Habe da Vorschläge gesammelt, immer dann sechs Vorschläge gemaxst, die die Zuschauer gemacht haben, die sinnvoll waren. Dadurch, dass es jetzt mit Dioxys so krass ist und ich die Folge so reinschieben muss und ich zwei andere krasse Sachen habe, werde ich heute zwei Sachen maxen, die ich auswähle. Ihr braucht keine Vorschläge schreiben unter dieses Video. Geht lieber auf das Dioxys-Thema ein, ob ihr da nochmal raiden müsst, was ihr alles gebraucht habt, ob ihr ein Angriffs-Dings bekommen habt in Shiny, ob ihr das normal-Formen habt in Shiny, wie viele XL-Bombombs ihr jetzt habt, ob ihr euch auf die Verteidigung freut oder auf die Speed-Form. Denn ich werde dann nächste Woche Montag die Vorschläge von letzter Woche aus dem Video nehmen und dann maxen. Also das ist nicht umsonst gewesen, ihr habt da drunter geschrieben, das kommt alles noch. Was aber richtig genial ist, ist, wenn ich hier eingebe, vier Sternchen, dann wisst ihr ja, bei vier Sterne zeigt das 100% Pokémon an. Ihr seht hier 100% Pokémon und ihr seht gleichzeitig auch zwei Legendäre. Den seht ihr auch, das ist hier der Tobi, den kann man leider nicht maxen, den werde ich jetzt auch erstmal so lassen. Das ist ein 100% Milzer. Da kam der Tobi in den Stream und hat gesagt, ey, 100% Milzer. Vielen Dank, Tobi, deswegen habe ich das jetzt Tobi genannt, fand ich richtig krass, noch nie gehabt, noch nie gesehen. Das ist das allererste 100% Milzer, was ich je gesehen habe. Darum geht es jetzt aber auch nicht, den könnten wir eigentlich entwickeln, aber wir lassen den erstmal so. Also, ich habe hier keine Bonbons, um SA50 zu ziehen. Worauf ich aber mega stolz bin, ist dieser hier. Denn ich habe schon Cobalium als 100er gehabt die ganze Zeit, ein Wetterboost, Viridium ist mir geflohen in einem Stream mal. Und den habe ich so lange geradet, aber nicht als 100er bekommen. Ich habe die XL-Bonbons schon voll gehabt, wie ihr seht, das sind 339, aber 296 braucht man eigentlich nur. Und ich habe bei dem so viele Lucky Trades gemacht. 94 Lucky Trades. Bei keinem anderen Pokémon habe ich so viele Glückstauschs, Täusche gemacht, wie bei diesem, um endlich das 100er zu kriegen. Nicht aus dem Raid, nicht aus dem Trade, die ganze Zeit. Und jetzt, beim 94. Glückstausch ist es passiert, Herakium, ein weiteres legendäres, wovon ich die XL schon lange voll habe. Jetzt auch das 100er endlich habe, das vom Matze gekommen ist. Erbeck, Gelderland, Niederlande, 26, 41, 100% durch Matze am 16.02. Und weil ich so sehr feiere, dass das endlich da ist, möchte ich heute dieses Pokémon maxen. Zum einen ist es ja auch günstiger als Glücks-Pokémon, ist das nicht so teuer zum Hochziehen. Hat jetzt hier Katapult, Sanktoklinge, wir geben eben auch gleich noch eine neue Attacke mit drauf. Dass das hier Sanktoklinge und Steinhagel hat. Wer sagt, mach andere Attacken, dann schreibt mal drunter, was sinnvoll ist. Das ist auf jeden Fall jetzt hier dabei mit 4181. 100% Herakium. Endlich ist er da, endlich habe ich meinen Frieden geschlossen. Nach, jetzt muss ich nochmal gucken. 334 Raids. 94 Glücks-Pokémon. Und das zweite, was ihr gesehen habt, das gab es jetzt auch ganz frisch, ist das. Denn ich musste ja ein neues Ziel suchen und habe mir gedacht, was kannst du noch? Demeteros ist richtig krass in der Tiergeistform, da hast du aber schon mehrere Hunder da. Du hattest ja echt Glück. Voldolos hast du ein 98er. Das ist ein Voldolos in der Tiergeistform. Ich hatte die ganze Zeit ein 98er. Und alle haben gesagt, pusht das doch, pusht das doch. Ist doch egal, ob das 100er ist oder 98er. Der Unterschied ist kaum spürbar. Pusht das 98er, das ist so ein gutes Elektro-Pokémon auch. Ich habe es nicht gepusht. Ich habe gewartet. Ihr seht 396 XL Bonbons. Die sind also auch schon voll. Ich habe es nicht gepusht. Ich habe jetzt gesagt, ach, ich probiere mal, ob ich das bekomme. Habe mit Patsch getauscht. Steht auch nochmal hier unten da. Burgenland, Österreich. 17.03. gefangen. 20.02. getauscht. Dazu kurz danach. Und es ist beim Tausch auch ein 100% Lucky geworden. Und es hat sich so gelohnt zu warten, denn wir können es jetzt wechseln auf 4137. Nicht die XL ausgegeben sinnlos für das 98er, sondern die XL sinnlos ausgegeben für das 100er. Adizia Voltwechsel, Donnerblitz. Wir geben auch hier nochmal eine neue Attacke drauf. Schlammboge. Keine Ahnung, was er so für coole Attacken hat. 100% Voltolos vom Patsch. Danke dafür. Das sind wirklich meine zwei Highlights jetzt in letzter Zeit gewesen. Und wir können auch nochmal ganz kurz hier reingucken, was da steht. Davon habe ich wirklich insgesamt 20 Glücks-Trades gemacht. Habe ich das von der alten Form gemacht? Also hier die, die gab es ja als Shiny natürlich. Guckt euch das an. Die Wolken, aber dann gibt es ja die Tiergeistformen so. Und als Shiny würden die so aussehen, aber die Tiergeistformen gibt es noch nicht als Shiny im Spiel. Ihr könnt die euch aber als Shiny schon angucken. Der würde mir zum Beispiel noch fehlen. Als 100%. Jetzt habe ich Demeteros, jetzt habe ich Voltolos und Boreos. Vielleicht sollte ich jetzt auf Boreos gehen. Mir fehlen eigentlich immer so theoretisch blaue Sachen. Mir fehlt von den Vögeln. Mir fehlt Arktos. Mir fehlt von den Mülltonnen. Fehlt mir Regi-Eis zum Beispiel. Von Suikun und Entei. Ne, von Raikou und Entei fehlt mir Suikun. Mir fehlen auch alle drei vom Seen-Trio als Hunder da. Was sollte man als nächstes machen? Ich würde vielleicht als nächstes bei Lucky-Trades jetzt trotzdem auf Boreos gehen, weil das irgendwie trotzdem ein großer, dicker, grüner Vogel ist. Sieht irgendwie trotzdem cool aus. Den vielleicht jetzt versuchen als Hunder zu bekommen. Ansonsten seht ihr insgesamt 230 Raids gemacht, 20 Glücks-Trades gemacht. Und nun ist er also da, der 100%ige. Welche Pokémon tauscht ihr momentan, wenn ihr einen Glücksfreund habt? Welche Pokémon nehmt ihr bei diesem Trade? Welche wollt ihr unbedingt als Hunder da haben? Welche wollt ihr unbedingt als Lucky haben? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.